Hör mal Kriegst du den? Er will mir, glaube ich, nicht folgen Ja, der denkt sich wahrscheinlich auch, leck mich Ich krieg mich jetzt nur schrittweise Da ist ein Spucker Dein Dino ist runtergesprungen Nein! Er fällt in die Lava Was geht ab YouTube und einen wunderschönen guten Tag an meine Zuschauer und Abonnenten Es ist wieder Arktime Und heute Ach, ich bin außerdem mit dem Kaldris und den Andexer unterwegs Der Andexer ist gerade auf K Und der Kaldris steht genau vor mir Wir betreten jetzt Eine Cave, eine Höhle Und ja Wollen wir mal gucken, was hier so abgeht Ich hab mal wieder übelste Legs Ich auch, ich hab grad ein Standbild Ich hab auch Standbild Oh Das hört gar nicht auf Warte Doch, gleich Ich glaube, du musst erst Texturen laden hier unten Okay Ja, hat er Ja, hier haben wir ein schönes Standbild Jetzt bin ich voll gegen die Wand Echt? Ja Oh mein Gott Oder bin ich rausgeflogen? Nee, ich glaub nicht Warte mal eben, das fängt sich gleich Jo Hat mir jetzt auch einen Moment gedauert Zeig mal ab, machen wir mal noch Folgen Das hört ja gar nicht mehr auf Folgen Ah Da war grad was Check your target Oh, was ne Kacke Mach mal die Fackel aus Habe ich ne Fackel an? Habe ich ne Fackel an? Ich hab meine Fackel an Ich hab die jetzt mal aus So, es hat sich äh Gefangen Einigermaßen Oder auch nicht Ach kacke ey So Ähm Enable Following Morgineer Hast du gemacht Attack your target? Ähm, ne Moment Ich hab Ich hab hier genaue, satte 11 FPS Ah, jetzt geht's hoch Ähm Aggressive to attack your target Ja, hab ich Dann mal los So wie es aussieht, geht's jetzt Hat sich grad Ein bisschen hier getan, gemacht So Ich bin hinter dir, Christian Ja Lass mal gucken, was hier so abgeht Lass dich mal anders auf Ja Natürlich kalt hier unten, ne Ich mach mal doch mal in der Fange Was ist das denn da? Kann man das abbauen? Bestimmt Boah, ich Nee Nee Irgendwie geht das nicht Nee, dann scheint das einfach nur Licht zu machen Ja Ich mach mal meine Fackel an, Mauch Ich auch Lass mal hier alles schön ähm Ich suche nicht, dass wir was Übersehen oder so Kann man denn die Steine hier abkloppen? Nee Okay Wollang gehen wir, links oder rechts? Erstmal links würde ich, äh, rechts sagen Okay, hier kann man nur im Kreis gehen Achso Das war scheiße, unsere Dinos hier die Höhle voll Äh, ich glaub die holen wir mal, die haben das irgendwie nicht geregelt gekriegt, wie wir laufen müssen Wo ist denn Jack Boah, wie der nicht klarkommt, ne Der ist ein bisschen dumm Das hat aber dein Dino schon von Anfang an, fand ich Glaub der hat Einmal zu heiß gebadet, der Junge Ich bleib gleich auf den Dino, im Moment ist er hier noch normal laufen Ja, komm mal Vielleicht ne neue Fackel noch machen sollen Das, äh, hab ich noch gekackt Oh, das sind Fehlermäuse, die sind böse, hab ich gelesen Ja Da Da Okay Oh, ey Machen wir mal Kehrtwende Was ist mit dem Stein hier? Der sieht doch abbaubar aus, oder? Jo Oh, mit Teil Oh, Christian, da kommt ne Spinne hinter dir Wegrennen Oder kämpfen Kämpfen? Oh Bär raus Ich hab sie tot Ich hab auch eine tot Da bin ich auch direkt mal Level Up Was geben die so? Schettin und, äh, Dings Fleisch Warte mal, haben die nen Inventar Oh Egal Wird nicht die letzte gewesen, oder? Nein Ich hab die auch mit meinem Jack platt machen können, halt Da wär' wir nicht überhaupt abgehauen Ja, ich dachte, die wären voll bombastisch Hm? Puh 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 Ich mach mal bei dem, dass der nicht Das Target Attacken sei Neutral Puh 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 Ist da noch einer Ja Puh 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 Die Fledermulla sind, Fledermäuse sind Hammer, oder, 손dringen ich hab zwei tot, ich hab drei tot, ich hab vier tot ich bin fast tot wo bist du? oh nice, hier fliegt noch einer rum? ne, keine mehr, schon gut so, wieder da, umgeleucht yo, BB, bist du jetzt ganz lustig? Skorpion? ja, ich bin halbtot ja, ich bin, boah, das ist level 20 alles klar, down, man ich hab mal ein Bloodpack genommen aber ich verliere trotzdem Blut blutest du vielleicht? aber die kann man nicht looten, schade ja, du denkst, ein gebrochenes Bein ach so Blutschreie, da muss man ein bisschen mehr Damage jetzt hier ich hab mal meine drei Bloodpacks genommen jetzt hab ich zwar keins mehr, aber ok wo hin rennst du? äh, zu meinem Dings track, aber der buckt hier rum, hallo? ach so ja, ich knall dich in meine wo ist denn der jetzt? ich weiß nicht, ob ich immer noch Blut verliere ja ich glaube aber nicht so ein Blutzeichen? also die spinnen können nix die sind level 1 was steht denn da in der Wand? oh, so ein Spucker oh, da ist ja noch einer oh, da ist nur einer Ok, Fledermäuser haben mich auf jeden Fall mohntig getroffen, Alter. Jetzt irgendwie wieder zu Blut kommen, das ist ja nicht schlecht. Dann ess. Ok, ich verliere jetzt nur noch ganz leicht Blut. Ok. Liegt aber daran, Kälte kann es nicht sein. Ups. Ups. Dann bin ich bei mir zu Hause. Herr, gib mal eine Pfandflaschen-Sammlung flöten. Alter Schwede. Das sind nochmal Fledermäuse, bist du wieder voll? Nee. Ein Viertel fehlt mir. Aber wenn wir die gleich zermöbeln, müsste es gehen. Komm, drauf da. Komm, drauf da. Ja, hier auch noch. Okay. Ja, läuft aus. Oh, da kommt eine Spinne. Die hat mich einge... Da stehst du da drauf. Wir können uns nicht hitten, oder? Nee. Nein. Wieso? Hast du schon wieder so viel Leben verloren, oder was? Nee, nee, nee. Du kannst nur hitten, wenn du von deinem Mount runter bist. Aber unsere Rappuren... Ja, müssen wir da jetzt drüber springen, oder was? Ich hab grad noch überlegen, was ist denn hier links noch? Was auf! Ja, ich flicke hier ein bisschen durch die Gegend. Okay. Hier sind nochmal Fledermäuse. Guck mal, hat der Skorpion jetzt einen Invental? Die kannst du nicht looten, die Skorpione. Ja. Also ich fand ich vorhin zumindest nichts. Ich hoffe, wir kommen hier auch gleich wieder raus, Alter. Okay. Okay. Wohin jetzt? Auch hier links. Weiß nicht. Kann man diese Steine hier kaputt machen? Welche? Welche? Die Rappersteine? Leuchten. Achso, yo. Lass mal ausprobieren. Geht nicht? Nee. Schade. Von da. Die sind nahe stehen direkt vor uns. Nee. Nee. Hätte ich mal mehr Sperre mitgenommen. Weißt du, wie schnell du hier levelst, wenn du die Viecher kaputt haust? Das ist mein Raptor, das wäre schon wieder level up. Äh. Was? Hallo. Läuft weg. Aufsteigen. Äh. Dein Raptor ist hinter dir. Das ist mein Raptor gewesen. Ich bin hier. Ich kann mich nicht gewinnen hier. Äh. Alter. Hab ich einen gekickt, weil mein Raptor abhaut. Alter. Maaaann. Bin ich wieder vor deinem. Wenn der nicht immer abhauen würde, ne? Äh. Nee. Schon gut. Oh, 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 Christian. Werden reingehauen. Hier müssen wir unsere Raptoren stehen lassen. What? Schau dir das mal an hier, ey. Gott. Oh. Die sind so doof und fallen da runter. Deine sind bleiben drauf. Meinst du, jetzt gehen wir hin? Keine Ahnung. Jetzt kommen die Jump'n'Run-Skills raus. Alter, ich leck hier voll rum, ne? Ja, nicht nur du, ey. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Stürzt du ab, oder was? Noch nicht. Kannst du dich irgendwie nach rechts bewegen? Ne, ne? Äh, äh. Wenn du abspringst, das springt ja immer rechts oder links ab. Dann habe ich das Gefühl, dass ich gleich nach unten stürze. Okay. Ja, bei mir schwebst du auch schon in der Luft, deswegen. Oh, oh. Oh, oh. Weil das so leckt. Ja, das leckt aber wirklich heftig. Warte mal. Ich komme auch nicht ans Inventar vom Raptor. Wegen den Satteln, ne? Ach, der Sattel ist egal. Alles andere was ich dabei habe. Spring einfach mal ab. Ja, was willst du uns machen? Oder hast du eine andere Idee? Und jetzt? Ja, warte. Ich kann jetzt selber nicht drehen. Nehmen Raptor in die Höhle. Ah, ja. Oh, ich habe Durst. Hör mal. Kriegst du, Dale? Er will mir, glaube ich, nicht folgen. Ja, der denkt sich wahrscheinlich auch, leck mich. Ich krieg mich jetzt nur schrittweise. Da ist ein Spucker. Dein Dino ist runtergesprungen. Nein! Er fällt in die Lava. Boah. Bailey. Was macht er da? Dürfen. Und sterben. Oh mein Gott. Er ist tot. Ihr seid auch so voll forsten, die Dinos mit in die Höhle reinzunehmen. Das ist ja eigentlich gar nicht das Problem gewesen. Das klappt eigentlich ganz gut. Und wenn wir die Dinos nicht bei gehabt hätten, wären wir beim ersten Mal schon tot gewesen. Ja. Ah, wieso kriege ich keine Energie dazu? Tiere. Zu kalt? Nee. Wo verliere ich Energie? Ich sehe es nicht. Guck doch mal ins Inventarbad hier. Da hast du doch alle Status, die da drin stehen. Ob irgendwas relativ lau ist oder so. Das war es mit meinen Dino. Ohhhh. Ohhhh. Ach. Der ist weg. Blutschrei. Pfff. Er schreit gleich nochmal. verlier auf jeden fall die ganze zeit blut ich kann auch scheiße ich werde sterben jetzt mal alles rein was ich hab so mit mühsam hochgelevelt nach verdammte scheiße ja jetzt glaube ich auch darüber jetzt stelle ich mir scheiß egal die diner sind so blöd weil ihr trotzdem weiterhin blut keine ahnung warum eine blutkuppe stand da nicht bei oder? du hast dir selber das gut abgezogen ja michi kannst du mal zwei neue raptoren farmen wenn ich sterbe nimm mal meine pistole wo bist du denn? hier neben dir achso ja mach ich oh ihr scheiß viecher alter dann nenn doch einfach rafzahn in blutschrei um ja keine ahnung wo dein dino ist ja und wenn er das video sieht aha da ist er hin mein raptor ja ja ich will meinen eigenen haben ja nix seiner stinkt da gehts nicht lang ich häng hier fest ich bin gleich tot vermutlich ich häng hier fest ich häng hier fest wo du hängst du fest ja weiß ich nicht irgendwo in der ähm äh dingen drin wenn du zurückläufst ich war hinter dir und jetzt häng ich fest oh oh ich verliere leben ich sterb jetzt sofort oh nein ich aber auch gleich sterb bitte in 5 minuten abstand dann brauchst du nicht so lange warten bis dann wieder ich hab auch nen knochenbruch jetzt ich komm hier nicht raus was ist das denn für nen scheiß hier oh man versuch mal schnell irgendwas zu sehen dass man weiß ja was es hier noch gibt oder wie inwiefern sich das lohnt was habt ihr denn so gefunden ja noch gar nicht weil wir noch nicht so weit sind scheiße Early Access ey jetzt häng ich hier ne Wand fest oder ne umhängliche fest oh man das ist was grünes noch hoch hätte er würde ich einfach durchrennen oh ich bin raus oh Christian hast du was zu trinken ne ne nicht mehr alles gefressen machen die blauen Beere nicht trinken ja auch muss nur viel ich bin tot ob die Viecher da jetzt wieder spawnen oder ob das jetzt bis dahin gecleared ist soll ich jetzt raus rennen oder was soll ich machen ich weiß ich glaube ich geh da nochmal rein ich weiß nicht ich glaube ich geh da nochmal rein wo liegt denn deine Leiche dann kann ich die Vincents nochmal eben schnell loopen ja ich hab deine Leiche wie viel Pech muss man im Leben haben das darf ja gar nicht sein ey hm ja ich bin zweimal der der Speer direkt untereinander keine Speere mehr da ich hab da nochmal einen Stein also Schalsperr ja ich müsste die Dinos noch platt machen die bei dir hier lang so hat der Christian was zu trinken? natürlich nicht ne was soll ich denn mit dem Christian weißt du ich komm da jetzt noch mal rein ich komm da jetzt rein Tole mit das nehme ich mit das nehme ich mit das nehme ich mit das Speer nehme ich mit aber wieder nein Picke nehme ich mit Fleisch nehme ich auf jeden Fall mit Teil nehme ich mit so ich bin Level 6 äh 30 ja schön ähm Spirited Meat mitnehmen wir sind in der Höhle da ist bestimmt Wasser drin Alter naja hab ich gedacht was ist da drin Lava ich werde jetzt aber auch sofort sterben also also man kann mit Level 30 Chitin Hosen Chitin Hosen Chitin Rüstung lernen den Water also das Wasser Behälter der kein Wasser mehr verliert dieser Water Jar ja die einfache Pistole ein ich vermute mal entweder für die Pistole oder für was auch immer Scope Attachment Stego Sattel ja und die Metall Wand die Metall Foundation Metall Schild und Türrahmen das ist Metall oder was ja man weiß ja was dein Job ist das ist das ist das ist Christian ich habe den ganzen Loot in meiner Tasche von dir ich laufe jetzt ein Stück zurück damit du in einer sicheren Ruhezone alles bequippen kannst ich bin vor der Höhle ich bin jetzt mal gespannt ob da wieder sicher sind ich sterbe jetzt sofort Boah Frame Drops Es sei denn du hast Wasser für mich dann überlebe ich noch Beeren Zuerst war uns kalt jetzt ist uns mega heiß ja pfuh ja Gott sei Dank ist die Höhle von unserem Base nicht so weit weg ja der Kerl hat die kleine Holzhütte oben am Berg wir sind schon bei 30 Minuten Leute wir verabschieden uns von dieser wunderschönen Folge ARK ich versuche noch zu überleben versuche mir noch Wasser zu holen und denke ich mal in der nächsten Folge werden wir uns dann hier wieder sehen oder wir fangen nochmal ganz von vorne ein bisschen besser equipt an lassen vielleicht von Anfang an die Dinos zu Hause und nehmen uns mehr Essen mit und mehr Wasser und dann zeigen wir uns nochmal ein bisschen von der professionelleren Seite und bis dahin tschüss und bis zur nächsten Folge Leute haut rein tschüss